hallo meine lieben hier ist ja der play of a solid soul heute geht es bei resident evil 7 weiter wo mir das letzte mal hier drauf gegangen sind ich habe gerade was tolles gemacht nämlich wenn der kommt da einfach ihr habt das letztes mal gesehen bin ich drauf gegangen durch diese komische rohre einfach ausgewichen und wenn ich jetzt dass eine nummer von ihm eingeben will geht es nicht weiter also hat sich hier was neues ergeben so schauen wir mal was ich hier finden jetzt die chemikalie ok drei plätze frei fallen auch noch langsam wieder zeit von der medizin lehrer schrank auch nicht gerade toll so lassen wir mal liegen soll ich da weiter das können wir mitnehmen hat die kiste wäre gleich um die ecke einfach bloß hier rundlauf ok wenn wir zu voll sind wir werden bestimmten kraut finden würde ich sagen so schauen wir mal wo wir sind ja da das ist doch wieder mal gemein hier die gehen mit der normalen munition sogar ganz gut steht ja noch mal auf auch die falle hier zwei sogar mal wegballern hier treff ich die von hier ne ah da war noch einig da war noch eine schnur ok 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 so auch noch eine münze eine kiste und sehr gut sehr gut gesundheit gleich mal benutzen und rein damit maximale gesundheit erhöht ah Mist wo war denn die schnur noch gar nicht gesehen äh Status geht noch grün aber haben auch keine blutflecken so hier aus na treffbar sogar oh komm mal mit vielleicht läuft der ja in die falle rein na und ahaha sehr gut na gut dass ich sie nicht deaktiviert hab schon ah da noch einer wegkauen und da hinten ist auch noch einer der lebt immer noch ne jetzt aber da oh keine munition mehr flinten munition mal wieder finden schießpulver nicht dass jetzt dann ein bossfight kommt und ich hab keine flinten munition hier ok ok was züchten die hier schweine ok schon mal ein save point wieder ah kiste 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 starke naja chemikalie wollte ich sagen so so da könnte ich drunter springen und dann bin ich in diesem raum dahinter da hinten ist irgendwas und da hinten auch na springen wir doch da hängen lautsprecher da wird doch nicht gleich eine durchsage von ihm kommen oder Batterie die brauche ich bestimmt flinten munition ja zwei stück schon mal nicht schlecht ein kraut auch gut kann ich mir gleich mal was basteln hier ähm kombinieren fünf stück sogar ok hat aber kein platz gemacht ja diese blöden fallen will ja keine munition verschwenden so lautsprecher kriegt auch eins ab kein platz also müssen wir uns mal merken wo die batterie war ähm ne ist aber keine falle hier in dem draht noch mal eine kiste ah sehr gut bisschen flinten munition da gehört die batterie rein oder naja ganz toll ist tollen munition auch gut ist tollen munition noch was ne ah ich muss die kiste entleeren und hier nochmal zurück aber wo komme ich hier überhaupt zurück wenn man hier nicht mehr zurückkommt das mal noch bisschen aufgeschmissen oder sonst müsste ich irgendwas wegschmeißen naja das hätte ich in der kiste lassen können mal flinte nachladen die wird auch mit was bringen wegen einem schuss der ist auch voll geladen die pistole ist auch voll das ist toll man muss auch rauskommen hier aus diesem schweinestall aber glaube ich nicht die trich hier auch zu viel das ist gar nicht wegschmeißen naja eine münze wegschmeißen mal müsste eigentlich hier noch liegen hoffentlich hat es das gebracht irgendwas kommt jetzt was oh man da sind die disco gegen jetzt ab flammenwaber hätten wir noch genügend hey flammenwaber hätten wir noch genügend hey Vielleicht brennt das Viech ja gut. Oh, es brennt wenig Schuss, das Viech. Ah, der spuckt auch noch. Und tot. So werden mehrere Gegner kommen, oder? Aber komme ich jetzt wieder raus hier? Ah. Jetzt kann man das Tier wieder raus. Aufzug, oder? So. Ja. Wer hockt denn da auf dem Stuhl hin? Okay. Das ist die Chemikalie. Mitnehmen. Ah. Zettel. Du bist der Nächste. Okay. Krass. Okay. Treppen. Aha. Wieder am Anfang aber. Jetzt können wir ein bisschen was ablegen. So. Fünf Plätze. Ach. Da oben ist noch was. Schießpulver. Alles später mal. Wenn alles so neige geht, kombinieren. Hier. Ah. Okay. Wir sind ja ganz gut. Aber wir haben immer noch kein Passwort. So. Waren jetzt die wilden Treppen. Hier. Bevor ich nochmal da rumgehe. Muss ich hier alles suchen. Dann. Ah. Hier ist nochmal ne Münze. Pillen. Alles mitnehmen. Weil jetzt wissen wir aber. Wo ne Tore ist. Oder. Wo ist denn jetzt vorher schon? Hm. Bierflasche kaputt gemacht. Ah. So. Schauen wir mal. Karte. Irgendwo war ich noch nicht. Ah ja. Das war da. Das war da. Das war da. So. Hm. Ja. Ich hab keine Karte von dem Gebiet. Also. Hm. Kann es noch irgendwas geben. Aber ich muss wieder andersrum. Der Aufzug. Oder. Aus dem Schweigestall. Komm ich nicht anders raus. Okay. Dann eben nochmal so rum. Irgendwo was übersehen. So. Ich hab hier wieder Türe war. Oder. Hatte der Fettsack vielleicht ein Zettel drin. Und ich hab ihn nicht drauf gehoben. oder ich hätte noch mal ein skitter müssen einfach weil ich den fahrzeug sieht habe aber schauen wir uns noch mal um vielleicht habe ich ja noch was tolles liegen gelassen wie da war toll versteckt ob ich hier noch mal herkommen nämlich so da sind wir nämlich runter gesprungen da war die kiste so und gar nicht runterfallen sonst muss ich den aufzug benutzen ach da ist noch mal eine kiste und chemikalie alles nützlicher ab sofort das hier keine leider ist da hinten dran hier war ich nicht hier gibt es was hier gibt es was speichern video rekord vielleicht gibt es ja noch ein video wieder platz machen wo sind diese mech munition verbesserte da ok die verbesserte lassen wir auch da mal mehr mal speicherung hier so hier müsste ein video rumliegen denke ich wenn da ein video rekorder ist so da ist der festsack drauf gegangen hat aber nichts liegen gelassen so nochmal aufzug fahren naja ich könnte auch alle zahlen durchprobieren die sind ja fast vierstellig also 9999 zahlen dann wird wenn ich es aufzeichnen würde jetzt weiß ich jetzt weiß ich es ja jetzt weiß ich es ja was steht hier 1408 das muss es sein hey ah ah ha ha So. 14. 0. 8. Ha! Soll ich jetzt alle Waffen ablegen? Damals wohl die Kiste da, oder? Mal die Waffen reinlegen. Dann alles wohl. Ja, und die Tür geht auf. Und wenn ich jetzt alles hier raushol, was macht der dann? Hat er nur ein Gegenstand? Ja, ich probier's rein. So, das ist eh weg. So, wo waren die Waffen jetzt? Messer, Sohle, Linde, Drenner, Kränschlüssel, Krautlasmier, Stangenschlüssel, Stationschlüssel, Sollenmunition, Sollenmunition, Lindenmunition, also die Hilfe. So, sonst haben wir kaum was. Wir sind schon ziemlich runter. So. Tietriche 3. Okay. So. Oh! Ah, alles wirklich weg. Ah. Ist sehr gemein. Dann. Oh, ne. Okay. Da ist die Hilfe. Darf ich die mitnehmen? Oh, ne. Nicht mal ne Heilung gibt der uns. Ah, Mann. Das wird das lustig. Oh, und jetzt sind wir da, wo das Video war. Und jetzt dürfen wir nochmal Happy Birthday singen, oder? Kerze. Okay. Geht die jetzt immer noch aus. Oh. Okay. Das ist wohl repariert. Ist ja lustig, dass wir dasselbe nochmal machen dürfen. Aber hier ist bisschen was anders. Okay. Äh. 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 Ja. Wieder die Katze anzünden am Herd. Ah. Diesmal ist es kaputt, oder? Äh. Ne. Ja. Es muss ja eigentlich. Ah, nein. Fast wieder das Dinggelaufen hier. So. So. Bickt hier jetzt auch einen Ballon rum. Ja. Hm. Hm. Wenn ich jetzt Loser eingib. Ob das selbe ist. Äh. Lassen wir uns da überraschen. So. Äh. Ballon. Und. Nadel. Ja. Und. Da schreibt es ja wieder. Aber ich hab das Fallrohr. Gibt's auch im Klo nicht, oder? Oder doch? Doch. So. Tandrohr im Inventar benutzen. Das war's halt. Äh. So. Okay. So. So. Monitore. Äh. Wieder. Galgenmännchen. Kringe. Und Eldian. So. Stellen wir mal schnell dieses Zahlenschloss ein. Na wo ist es dann? Ah. Und. Das hier. Und. Ah. Die Strohpuppe. Strohpuppe anzünden wieder. So. Wo ist sie dann? Ah. Muss ich wohl. Da auswählen erst. Okay. So. Jetzt müsste der Finger rauskommen. So. Äh. Dir geben wir den Finger. Dann. Geben wir dir das Schreibzeug. Dann ziehen wir den auf. So. Und jetzt müsst ihr uns auch Loser draufschreiben, oder? So. Was ist es? Ja. So. Let's. Äh. Was ist es? Ja. Äh. 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 Wir brauchen halt das Ding noch von. Da hinten. Äh. Äh. Von da. So. Aha. Klick klack. So. Und. Hier ist das. Tierrad. Und. Drehen. Hier mal ab. Das Einzige, dass es einen Hohlraum da gibt, oder den habe ich beim Video nicht gesehen, oder so. Ja. Jetzt können wir die Kerze ansünden. Da 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 da. Ja. Wenn man weiß wie es geht. Das ist schon besser. So. Und. Lötchen und explodiert das Ding jetzt auch. Ne. Ich kann nicht weg. Ah. So. So. Aber. Wir verbrennen nicht wohl, oder? Ja. Doch. Mist, 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 Mist. 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 So. Ah. So. Ah. 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 Wo ist jetzt der Speicherpunkt? Ach, wieder alles von da, wenn man drauf geht. Okay, der Part ist eh zu Ende. Dann machen wir beim nächsten Part hier weiter. Oder ich spiele ein bisschen vor bis zu der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Player of the Hard and Soul. Und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020